Vechta 22.30 Uhr. Während andere Menschen um diese Uhrzeit schlafen gehen, werfen unsere OV-Kollegen in der Druckerei die Maschinen an. Hier entstehen nun knapp 22.000 Exemplare, die im sogenannten Rotationsdruck zu Papier kommen. Dabei sind über 35.000 Meter Papier nötig. Ist die Tageszeitung fertig und die Beilage eingefügt, werden mehrere Exemplare zu einem Paket gebündelt. Diese werden den Lieferanten bereitgestellt und kommen nun in den nächsten Stunden in die Briefkästen unserer Abonnenten und Leser.